Hallo und Willkommen zurück zu ARK Survival Evolve zusammen mit dem Korti LP und hier dem Unterwasser Gefecht gegen den Hai. Hallöchen. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ähm, ist schlecht. Direkt gegenüber von der Insel, wo dieses Monument ist in Rot. Jetzt muss er mich aber haben hier, oder? Oho. Alter, wie langsam der plötzlich wird. Das ist unsang, glaube ich. Der greift mich gar nicht mehr an. Ist das schon betäubt? Nee, da lächst du dich doch noch. Ja, ich will nur nicht, dass der dann zu weit nach unten sackt. Ich glaube, der backt da fest. Das ist natürlich eine blöde Stelle. Ja, jetzt kommt er rein. Jetzt drauf. Dass der hier auf der Sandbank liegen bleibt. Sehr schön. Der dürfte... ...betäubt, ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Keine Narko-Berries dabei. Oder... ...Dings dabei. ...Dings Fleisch am Start. Dann guck mal, welches er benötigt. Natürlich. Ja, da ist jetzt das Problem. Er hat jetzt rohes Fleisch drin, aber das will er anscheinend nicht. Dann kriegt er von mir hier. Läuft das besser? Auch nicht. Doch, hat er gerade genommen, oder? Nee. Ich habe doch schon einen getamed. Was wollte der denn haben? Auch nicht schlecht. Voll vergessen. Ich sollte vielleicht auch auftauchen. Die war gerade voller Mesh-Team. Pack ruhig nochmal rohes rein, weil das Gebratene nimmt er auch nicht. Ist drin. Und ich hatte kein... ...Primid? Wie hieß es? Erstklassiges, ja. Das ist mir leider von dem letzten Megalodon eben schon alles leider schon wieder weg. Verfault, ne? Mobile Kühlschrank wäre ganz praktisch, ne? Verdammt, wie kriegen wir denn jetzt getamed? Oh, ich hatte es doch schon mal. Ich glaube, das war jetzt nichts anderes. Aber eben hat er was gegessen. Ja, ich habe das fern benutzt. Oh, so. Hä, was wollte der denn haben? Hat der vielleicht irgendwelche Beeren oder was gehabt? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, wir reden von einem Hai. Na, eben. Ist auch geil, wie meiner da hängt. Warte mal, was... Und Kibbles hatte ich nicht. Ich habe dem wirklich nur Fleisch gegeben. Was ist denn eigentlich unser Hai? Der steht da hinten. Hier, genau zwischen den Inseln. Da ist er auch ganz gut aufgehoben. Aber hier, da hätte ich schon zwei, wenn der mal losessen würde. Was hast du denn für ein Problem? Kannst du das nachgucken? Unserer hängt natürlich auch gerade richtig toll. Ja, ja, meine ich ja gerade. Wie der da hängt, sieht gut aus. Warte, warte, warte. Gerade ans Headset gekommen. Hat man nicht gehört, oder? Ein bisschen. Bupp, bupp. Achso, da hat sich auch direkt so ein Fisch gekrallt, oder wie? 18 mal rohe Fleisch. Vielleicht muss es noch frischer sein. Das, was er gerade hat, ist frisch genug. Da kann ich das so selber wieder nehmen. Ey, das ist doch das letzte Mal die Aufnahme-Session gewesen, ne? Mit dem, ne, die vorletzte. Ich meine, ich hätte ihm nur Fleisch gegeben. Weißt du, wie der heißt, richtig? Ja, Raw Meat ist das schwächste. Dann kommt Prime Meat, Cooked Prime Meat. Und am liebsten hat er Prime Meat. Ne, am allerliebsten Kibble. Und dann Prime Meat? Das kann aber nicht sein. Boah. Da muss ich ja immer ja... Mal gucken, wie ich jetzt Prime Meat bekomme hier unten. Einfach einen anderen Hai, oder? Ich lege mich da mit diesem, äh... Bronto-Dingsbums an. Brontos... Ob ich das schaffe? Wo bist du denn schon wieder? Gegenüber auf der anderen Insel. Schauen wir da. Also jetzt da, wo das Monument ist. Ja, ja, ich seh dich grad. Der Bronto... Obwohl, na gut, ich wollt grad sagen, der ist ja nicht so schnell, aber der gibt ordentlich Gas. Ich würde mit deinem Vogel da weggehen. Wieso Bronto? Ach, ne, das ist ja gar kein Bronto. Das ist ein Strike! Und hier wird direkt, äh... Der andere Hai angegriffen. Hä? Welcher? Na, meiner. Achso. Oh, oh, oh! Aber guck mal, wenn der schwimmt, ist der voll langsam. Ich sag ja, wir brauchen mehr Haie. Vorsicht, da ist ein Hai. Geh da bloß weg. Wo ist der Bronto eigentlich hin? Ist der tot? War das der Strike? Äh, meine ich ja. Keine Ahnung, der war irgendwo im Wasser. Und dann war er weg. Oh, scheiße, ne, das war unsere. Hä? Welcher ist denn jetzt welcher? Warte mal, das ist unsere. Boah, der ist so schnell, ne? Ich muss doch eigentlich mal drauf auf den. Hau bloß ab, do! Komm, der hat doch nicht mehr viel. Wer ist tot? So. Großes Fleisch. Erstklassiges Fleisch. Viermal. Ja, dann bring's schnell da rüber. Schaffst du das von der Zeit? Ich hoff's. Agi, komm her. Da siehst du schon, wenn wir jetzt tauchen würden, ne? Haben keine Chance, wenn da drei Haie sind unter Wasser. Und die sind da alle. Deswegen brauchen wir schon eine Armee. Ja, was für eine Armee. Ja, mindestens drei, vier Haie. Oh, der hat aber irgendwas gegessen jetzt hier, ne? Wie lange hält denn das? Ja gut, sechs Minuten, das ist ja okay. Oder braucht er das vielleicht gekocht? Ha, aber jetzt hat er CM-Effizienz 98,5 Prozent, ne? Ja. Ja, gekocht hat er sogar noch lieber, ne? Dann hättest du noch mehr Effizienz. Okay, brauchen wir schnell ein Feuer. Nein, natürlich nicht. Agi, wo bist du? Aber ich könnte eigentlich jetzt mal gucken. Meiner müsste doch ein Level-Up haben mittlerweile, oder? Ja. Wo war denn jetzt, ne, hä? Wo war denn jetzt der andere Knopf nochmal? Ne, das ist V, das ist... Boah, ist das schön. In dem blauen Wasser, ey. Da hast du direkt Bock auf Sommer. Oh, diese kleinen Fische, die krieg ich nicht mal, ne? Aber mit dem, äh, Trike war jetzt auch lustig. Der ist geschwommen wie so ein Baby und dann, zack, war er weg. Oder ist der hier runterge... Ja, ja, genau. Oder der ist hier runtergefallen. In die Tiefen des Ozeans. Boah, ich brauche unbedingt noch Stamina für den Hai. Das ist krass. Noch ein bisschen. So. Was wollte ich dann jetzt? Äh, da schwimmst du. Ich hab grad nichts zu tun, du. Ja, ich bin auch grad hier auf der Suche nach noch mehr Fleisch. Ich glaub, die drei reichen nicht, ne, für den... Vier waren's. Oder vier. Oder unten. Äh, ne, da will ich nicht hin. Das ist viel zu weit weg. Das ist der... Ich hab ja noch gar nichts von gefressen. Die verderben gleich alle. Na toll. Hier ist kalt. Ja, du, immer mit deiner Kälte. Fangen den Fisch, Junge. Oh, ja, schön. Ein Kölkant, oder was? Neues Dossier. Hat noch keiner diesen Fisch getötet? Auch witzig. Was hat das gegeben eigentlich? Oh, ich hab ja auch noch erstklassiges rohes Fleisch. Einmal. Da bist du. Aber da kommt gleich schon wieder der nächste Hai. Hm? Der uns angreifen will. Hä? Da. Oh, der ist ganz nah hier, bei dem anderen. Müssen wir aufpassen, ne? Hä? Oh, das war das Inventar von meinem Hai. Was ist denn jetzt hier los? Total zerfahren. Hä? Du hast gepfiffen. Achso, ja, da hinten ist doch ein Hai. Ja, ja, ein gegnerischer Hai. Ja. Das sollte natürlich nicht den angreifen, den wir gerade versuchen zu zähmen, ne? Oh, ich glaub, er kommt. Ha, komm her. Komm, komm. Put, 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 put. Böser Hai. Böser Hai. Boah, jetzt bin ich zurückgeportet worden. Okay. Wenn er da festpackt, ist gut. Ich wollte gerade sagen, bist du da? Ja. Da kommt's zu mir. Oh. Was, das war's? Wieso sind dann unter anderem Hai so schlecht? Dö, 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 dö. Das gab ordentlich... Ey, wenn das nicht reicht... Warte mal. Ich hab so viel rohes Fleisch dabei. Ich glaube, das reicht zwar eh vom Betäubungslevel, aber man kann ja nicht wissen. Das ist nie genug, du. Ich würd' ja mal trotzdem gern so ne Unterwasserhöhle besuchen. Ja, hier oben, äh, jetzt wird's schön nebelig, oder was. Also jetzt hier da oben, ne, links an dem Strand immer weiter entlang. Es ist gar nicht mal so weit. Es sollen ganz viele sein. Ähm, nee, kann ich dir sagen. Die nächste Höhle. Also, ach so, Unterwasserhöhlen meinst du? Ja. Warte, da links lang. Ja, da kommt noch eine. Aber auf der Insel, wo wir gerade sind. Da ist einer. Okay, links neben dem Monument ist auch einer. Aber hier, vorhin hatte ich einer. Ich war oben drüber. Im Wasser? Ja. Kannst du vielleicht mal da hinten... Ist es weit von hier? Was schnappt der denn? Ja, jetzt muss ich nur grad nochmal gucken. Koordinaten. 90840. Siehst du mich noch? Ja, ja. Aber... ...ganz knapp. Also gerade so noch, weil das auch nebelig ist grad. Ich bleib mal stehen. Wirst du ganz knapp über dem Wasser, ne? Ja. Boah, ey. Weißt du, wie tief das da ist, um in die Höhle zu kommen? Das weiß ich nicht. Also ich denke mal, dass es sehr tief sein wird. Jetzt muss ich erst mal warten. Und dann wird der nächste Angriff vom Hai kommen. Nein! Ja, warte. Muss eh umdrehen. Ich sag ja, du kannst vergessen. Das kriegst du... Das kriegst... Ja, ja, da kam direkt schon wieder ein Hai. Hm. Also du kannst ja, wenn du... ...von deinem Argi abspringen ins... Ich... Boah, ich hab... ...drei, vier Haie hinter mir her. Ähm... Warte, komm. Das wird nix. Das wird nix. Oh nein, weil ich... Und ich häng auch fest. Ach du Scheiß. Jetzt wird's ja langsam noch dunkel. Boah, ich seh nur die Flossen dahin. Nein, das sind zwei. Nur zwei? Okay, dann sind das die Schwanzflossen noch, die auch rausgucken. Kannst du... Warte mal, ich lock die einfach ans Strand und du ballerst drauf. Vom Strand aus. Ja, die sind immer noch hinter mir her. Oh mein Gott. Ich seh zwar nicht viel, ich baller gerade nur auf Schatten. Oh, jetzt... Jetzt greift er mich an. Ja, da kommt noch einer. Also es sind zwei, ja? Ja. Warte mal, vielleicht ist es besser, ich komme einfach auch mit dem Bogen zur Hilfe. Weil die kommen ja eh nicht bis ans Strand. Ja, was ist los? Jetzt verpisst ihr euch wieder, oder was? Oh, guck. Ja, ja, ja. Ja, die ist schon ganz grob. Oh, das war aber knapp. Oh, da kommt der nächste. Nein. Aber der müsste jetzt gleich tot sein. Ich glaube, der ist schon tot, der eine hier, oder? Boah, der ist ganz nah an mir gewesen. Jetzt ist einer tot. Krass mit dem letzten Schuss, ey. Wie krass das war. So, da ich den angebrackt habe, dann hole ich mir den jetzt mit dem anderen. Dann kann er noch ein bisschen Kampflevel holen und so. Ja, da unten ist nur einer. Der ist leicht angeschlagen. Ja, hallo? Reiten bitte, ey. Boah, wie es das mal gemacht hat jetzt. Nee, der verzischt sich. Ja, jetzt kommt er. Okay. Und wo ist eigentlich der, den wir getamt hatten? Meiner ist tot, oder was? Nee, boah. Hab ich den getötet jetzt? Ich hab's nicht... Nö. Ach, da ist er. Wo ist der denn, wenn wir getamt haben? Ah, da hinten. Gib ihm! Boah, war das knapp. Eben Luft holen. Oh, zähm, wir sind übrigens fast fertig bei dem anderen. Sehr schön. Der hat Level up hier, der andere. Und jetzt hole ich noch ein bisschen Prime Meat. Ja, ich hab Prime Meat ohne Ende gerade wieder rein. Ich geb dem auch noch mal ein bisschen normal. Ich hab so viel Fleisch. Ja, ich hab jetzt auch bestimmt 150 oder so. Ach, das lag nicht. Ich glaub, wir können gleich erstmal heimbraten wie sonst was. Bei meiner taucht die irgendwie nicht auf gerade. Doch, ist er jetzt. Boah, krass. Ich muss mich auch noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen mit denen. So, und das war's auch leider schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sage wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss. Au drin, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.